Mein Fleisch, geh weg. Scheiße, wieder Müll entfernen fürs Klettern. Das ist doch jetzt nicht wahr, ey. Wo ist mein Schlafsack? Ich hab mein Schlafsack nicht mitgenommen. Fuck. Kochtopfrecht aus. Wieder Zeug entfernen. Wir könnten das aber alles brauchen. Oh mein Ohr. Oh. Das ist doch alles kacke jetzt. Kein Schlafsack bedeutet auch kacke. Echt nicht gut. Nee, man, man, man. Fuck, fuck, was mach ich jetzt? Essen, ich kann nicht Essen wegschmeißen. Ich hab meine Schlafsack nicht mitgenommen. Nee, ich kann mich nicht entscheiden. Mann, hier so. Fuck, ey. Scheiße, wo war nochmal die Kletterstation da irgendwo, ne? Was jetzt auch noch wieder Nacht werden muss. Der Tag war ja kurz. Was? Wo war denn das jetzt? Wo war denn das jetzt? Hier oben, ja. War doch hier irgendwo. Ach da, da, ich seh's. Ist wieder das Seil in der Dunkelheit. So, oben sind wir. Und dann? Ja. Und dann? Ja. Alles klar. Und dann? Ja. Applaus Ja. 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 Was? Hier müssen wir hoch? Ach du Scheiße. So, hier gerade noch zufälligerweise nach leichtem Kletterseil, aber nö, hier da hochlaufen. Lieber nicht rennen. Shit, wir werden langsam müde, das heißt wir können nicht mehr so viel tragen. Oh, ist nicht gut. Schlafsack nicht mitgenommen, das war echt scheiße. Schlafsack nicht mitgenommen, das war echt kalt. Schlafsack nicht mitgenommen, das war echt kalt. Schlafsack nicht mitgenommen, das war die Kletterseilkampagne. Schlafsack nicht mitgenommen, das war die Kletterseilkampagne. I'm gonna have to leave something behind. Wasserfälle über Wasserfälle hier, wir sind mitten direkt in den Bergen hier. So, was ist eine Höhle? Region Milton verlassen. Ich brauche Schlafplatz unbedingt, Mist. Ich brauche Schlafplatz. Nein, ich will ja jetzt kennen. Ah ja. Ich dachte jetzt schon, Sack hast du... Hä? Ich brauche Schlafplatz. Hat er denn noch irgendwas dran? Hm. Was ich Fleisch noch? Scheiße. Ich bedacht wegen der... Oh, na toll. Hä? Die Lampe hat gerade gar kein Licht gespendet. Das ist doch ein Bug gewesen. Kohle. Das war da gerade ein Bug gewesen. Die spinnet kein Licht. Ich mache nochmal eine neue an. Was? Ich bin nicht sicher, dass ich viel mehr mitgebracht habe. Ich nehme die Lampe nochmal weg. Dann nehme ich sie wieder. Die spinnet kein Licht. Die blendet voll. Ich kann nichts sehen. Das kann ich nicht machen. Ich gucke mal. Das wird bestimmt ein Bug sein. Ich tue mal Speichern. Dann beende ich das Spiel. Und dann sehen wir uns gleich. Mal gucken, ob der Bug weg ist. Okay, der Bug ist weg. Jetzt sehen wir wieder was. Es kann weitergehen. Die sind schwer. Gehe ich mal nach rechts. Ich hasse Gabelungen im Müll. Gut, ich gehe nochmal kurz zurück. Dann gucke ich mal, was der andere Weg ist. In der Höhle. Ich hätte ja sehen können, dass da vielleicht ein versteckter Schlafplatz ist oder irgendwas. Das wäre natürlich wunderbar. Nee, mehr war hier nicht. Schade. ,urystärklayzьте. Das wäre gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's? Aber wir haben doch die Story nicht beendet. Was war das für ein Ende? Und es ist ja auch Jahre schon her, ich habe nicht gewusst, dass es immer noch ein Kickstarter ist. Da bin ich jetzt leicht verwirrt, verwirrt mit Öl, verwirrt, bitte ich. Ja, aber hä? Ich check das gerade echt nicht so. Wir sind aus der Höhle rausgekommen, jemand wurde vom Bär befallen, der sowieso schon den Bär gejagt hatte. Und... Ja. Es war wirklich ein schönes Game, ja, aber... Das war es schon? Wir sind aus der Höhle rausgekommen, das war wirklich ein bisschen mehr. Wir sind aus der Höhle rausgekommen, ja. Wir sind aus der Höhle rausgekommen, wir sind aus der Höhle rausgekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Hey. Damn it. Not again. The lights. Hey. Easy. Take it easy. Who are you? Name's Mackenzie. I'm the one who saved you from the bear. You kill it? I don't think so. But I hate it. Maybe scared of the way. What the way you shoot? Glad your memory's coming back. Shit. He caught me good this time. This time? Me and the old bear go back a ways. There's unfinished business between us. I bandaged you up, but you're in bad shape. Is there anywhere to get medical help? What? You mean like a hospital? Out here? Nah. Nothing like that. I see you have a radio. Can we call for help? No. Radio's been dead for the past few days. I can't raise any of the usual channels. I'm not sure why. Well, you'll need some stronger meds to avoid infection. And for the pain. You some kind of doctor? No. But I've been around doctors enough to know you'll be in trouble soon. Unless you get some better help than I can give you. Yeah. Right. Well, closest help is probably in Milton. Back the way you came. Uh, there's nobody left to help you there. The town's pretty much deserted. There was a fire and... Damn. The next town's days away. I'm wrecked. But if you leave now, you might be able to... You won't last days like this. Must be another way. There's... There's someone that might help. But we can only reach them by radio. So, we're back to where we started. There's got to be somewhere nearby that might have medical supplies. Or another radio we can use? You might find some comms gear. Or parts. In the old Carter Dam. That's probably ancient stuff, though. A place that's been abandoned for years. Used to have a first aid room. Might still be some old meds there, too. Something strong enough to maybe numb this pain. Hang in there. I'll be back as soon as I can. Wait. Wait. The old bear. He's still out there. I've been wanting to finish the job. Okay. Here. Take my rifle. You won't kill him. But you might... Scare him off again. Right. Watch out. Damn. Unstable. Wait. What? What do you mean unstable? What do you mean unstable? Damn it. He's passed out. He's passed out. So, jetzt hab ich's verstanden. Dieses Spiel enthält fünf Episoden. Und das war einfach nur mit den Credits. Das war einfach nur der Abschluss von der ersten Episode. Wir haben noch vier Episoden vor uns. Das heißt, das Spiel ist noch riesig. Und ja. Ich liebe dieses Spiel. Und wir können noch so viel machen. Und... Ähm. Obwohl, ja. Auf der Karte. Was ist denn auf der Karte? Hä? Eine komplett neue Karte. Und Milton ist hier nicht drauf abgebildet. Ja, nice. Stimmt, ich wollte mal gucken. Ähm. Ich behalte mein ganzes Zeug. Sehr gut. Aber Episode 2 werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge fortsetzen. Oh Gott, so viele, so viele, äh, so viele. Äh. Quests. Neue Quests, neue Nebenquests. Jo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Pute. , Ja. Tau. Du.